Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Bezuchen Sie ihn, ey! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Ich will mich abmurzen. Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers. Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen. Er wählt sich bereits als Sieger, aber Sie werden sehen, Graeimler. Es wird ein böses Erwachen geben. Der Innens mobilisiert im Norden, Kesselring im Süden. Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen. Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken. Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen. Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Graeimler, in Kürze, tausend der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer. Und vor dem Altar des Vaterlands. Und vor dem Altar des Vaterlands.